Grüß euch! Jetzt seht ihr mal ein bisschen am Fuhrpark von uns. Natürlich gibt es auch, wie schon immer, unser Barbecue mit unserem Barbecue-Smoker, was man natürlich dann auch in den heißen Pfannen anrichten kann. Und ihr könnt es natürlich zu Hause in euren Elektro-Pfannen, was ihr ja bei mir anmieten könnt, natürlich genauso frisch und also heiße konsumieren. Da seht ihr ein paar Kleinigkeiten in unserem Smoker. Von den Blutwürsten über den Kräner natürlich hin zu den Stötzen, zu den Beef Ribs, Spare Ribs, Schweinsbraten und sogar Fisch ist möglich. Das sind jetzt die Elektro-Pfannen, wo ihr das Essen dann mitnehmen könnt. Das wird bei uns heiß zubereitet. Ihr nehmt die Pfanne mit, steckt es daheim wieder einfach nur an Strom. In ein paar Minuten ist es wieder genauso heiß, wie wir jetzt das anrichten für euch. Musik 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 Musik